Festhalten! Ich liebe dich, William. Ja, ich tue schon. Er ist oben drauf! Huss! Oh! Achso. William, ich bin hier oben! Gott sei Dank geht's dir gut! Hör zu! Zerstör den großen Ventilator und geh hindurch! Durch das Belüftungssystem solltest du einen Weg hinausfinden! Ich gehe zum Odin-Hauptleitstand! William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. Halt! Halt! Du schützt, wenn er nicht! Zuvor! Andere gelangt! Halt! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR William, ich nähere mich dem Odin-Hauptleitstand. Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerbordverteidigung deaktiviert hast. Äh, hallo? Ich bin zurück zu meiner Position! Okay, wie kommen wir durch? Da können wir uns hier auskriegen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mh, okay. So, das hier sieht das sowas irgendwie dann aus. Das ist hier nicht so ein Knopf. Achso, wir standen nicht. Hä? V. A. L. Mh, 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 mh. Ähm... Okay, da geht's anscheinend nicht weiter. William, da die Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom Odin-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Ich bin vom Odin-Hauptverteidig. Au. Ich bin vom Odin-Hauptverteidig. Wo ist die Waffe? Hier. Muss er einen Weg nach oben finden. Hm? Okay. Kann ich da nicht schreiben? Nee. Hm. Wie kommen wir da hoch? Das ist aus dem Ruhrhinnzimmer gekommen. Die ist doch leer. Die ist auch leer. Guck mal. Die ist auch leer. Aber es ist leer. Offen sind hier. Da sind wir vorgekommen. Vielleicht doch da wieder rein. Nee. Ah, guck mal. Okay. Dann eben so. Das muss der Odin Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Ja. Hm. Ja. 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 Oh shit. Schön, dass du bald da bist, William. Okay. Okay. Dann mal da eine Axt zum Nehmen. Ja, da gab es bloß ein Medikit und sowas. Oh shit. 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 Okay. Oh shit. Oh shit. Okay. Oh shit. 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 Ich hab keine Waffen hier liegen lassen. Oh shit. Okay, ich glaube, wir müssen weiter vorbekommen. Okay, ich glaube, wir müssen wiederholen, ich glaube, wir müssen wiederholen. Okay, ich glaube, wir müssen wiederholen, ich glaube, wir müssen weiterholen. Okay, ich glaube, wir müssen weiterholen. Okay, ich glaube, wir müssen weiterholen. Ich bin in der Position. Okay, ich glaube, wir müssen weiterholen. Okay, ich glaube, wir müssen weiterholen. Okay, ich glaube, wir müssen weiterholen. Okay. ARD Text im Auftrag von Funk Ah, das Ding hat's voll drauf Okay Also die Knifte legen wir uns gleich mal unten hin Hier so Ah, das Ding hat's voll drauf Hm Aber Strom haben wir ja kein Timufladen oder was Okay, dann legen wir das erstmal her Oh, okay Oh, okay Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken WDR mediagrin WDR mediagroup Glocken 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 WDR mediagroup Glocken